hallo meine lieben freunde schön dass ihr wieder alle dabei seid heute geht es wieder ein update zu einem fall zu dem ich schon mal ein update gemacht habe und in dem video hatte ich den fall noch mal kurz dargestellt und zwar geht es um den fall der frederike von mühlmann aus dem jahr 1981 sie wurde getötet es gibt einen tatverdächtigen aber dieser ist bis heute nicht verurteilt wenn ich genau weiß worum es geht dem habe ich das vorherige video noch einmal in der beschreibung verlinkt vielleicht hört oder schaut euch das erst einmal an da ist der fall noch einmal kurz zusammengefasst in diesem fall gibt es zwei neuigkeiten um beide neuigkeiten sind leider nicht schön diese sind jetzt ein bisschen älter aber ich denke mal die meisten von euch kennen diese updates noch nicht zuerst beziehe ich mich auf einen artikel aus dem spiegel vom 20 juni 2022 jahrelang kämpfte hans von mühlmann für gerechtigkeit hans von mühlmann ist der vater von frederike von mühlmann bald soll ein gericht die tötung seiner tochter aufarbeiten der vater erlebt den prozess jedoch nicht mehr wie nun bekannt wurde hans von mühlmann ist gestorben wie unter anderem die hannoversche allgemeine zeitung berichtet demzufolge erlager im alter von 79 jahren einer diabetes erkrankung dies ist natürlich sehr bitter sagte mühlmanns anwalt wolfram schädler er kann den kampf nicht zu ende führen das ist vor allen dingen in dem sinne sehr schade da sein oder der vater von frederike jahrelang um eine wiederaufnahme dieses verfahrens gekämpft hat und es war jetzt nicht soweit es sollte eine neue verhandlung stattfinden allerdings gibt es da jetzt auch schon wieder eine meldung und ich denke mir mal hätte der vater diese meldung noch zu sehen oder zu lesen bekommen wer einmal wieder vom glauben abgefallen über unseren rechtsstaat da zitiere ich jetzt einmal aus dem spiegel vom 16 juli 2022 ismed h der unter dem dringenden verdacht steht 1981 die damals 17 jährige schülerin federicke von mühlmann vergewaltigt und tötet zu haben ist nach einer entscheidung des bundesverfassungsgerichts wieder frei ismed h wurde am späten freitagnachmittag aus der untersuchungshaft entlassen wie sein strafverteidiger der hamburger wiederaufnahmespezialist johann schwenn dem spiegel auf nachfrage bestätigte dies geht zurück auf einen am samstag veröffentlichten eilbeschluss des zweiten senats des bundesverfassungsgerichts vom 14 juli danach wird der haftbefehl des landgerichts ferden gegen ihn unter der bedingung außer vollzug gesetzt dass er seinen personalausweis und reisepass beim zuständigen landgericht abgibt dass er sich zweimal wöchentlich bei der polizei meldet und dass er seinen wohnort nicht ohne genommigung der staatsanwaltschaft verlässt ismed h war am 22 februar diesen jahres erneut in untersuchungshaft gekommen obwohl er im fall von frederike von müllmann bereits vor fast 40 jahren rechtskräftig freigesprochen worden war möglich wurde dies durch eine änderung der strafprozessordnung die ende vergangenen jahres in kraft getreten ist nachdem das oberlandesgericht zelle die zuverlässigkeit der wiederaufnahme und die suche untersuchungshaft zuletzt bestätigt hat legte ismed h dagegen verfassungsbeschwerde ein und stellte einen entsprechenden eilantrag das war das wo der vater jahrelang vor gekämpft hat dass diese strafprozessordnung geändert wird und erneut gegen ihn verhandelt werden darf denn bisher war es so wenn jemand rechtskräftig in einer tat freigesprochen wurde konnte er diesbezüglich nicht ein zweites mal vor gericht gezogen werden selbst wenn feststand dass er der täter war die verfassungsrichter kamen zu ihrem ergebnis im wege einer sogenannten folgen abwägung die in einem eilverfahren typischerweise anzustellen ist dabei wären die folgen die es hätte wenn die verfassungsbeschwerde anders ausginge als das eilverfahren gegeneinander abgewogen wenn der verdächtige in u-haft bliebe seine später zu entscheidende verfassungsbeschwerde aber erfolg hätte drohten ihm erhebliche und irreversible nachteile denn er würde voraussichtlich bis zu dessen rechtskräftigen abschluss des wiederaufnahmeverfahrens in untersuchungshaft bleiben wenn nicht vorher über die verfassungsbeschwerde entschieden würde die untersuchungshaft stelle einen besonders intensiven grundrechtseingriff dar und sei zudem nachträglich nicht mehr korrigierbar sofern dagegen der haftbefehl aufgehoben wurde sich aber die verfassungsbeschwerde später als unbegründeterweise bestünde die gefahr dass sich ist mit dem strafverfahren entzieht anders als in normalen fällen der u-haft wo es nur um die frage des tatverdachts geht komme hier aber hierzu dass die strafverfolgung gegen die beschuldigten möglicherweise insgesamt unzulässig ist falls sich nämlich die neue wiederaufnahmevorschrift als verfassungswidrig erweist deshalb käme dem schutz der grundrechte von ismet h unter diesen umständen ein größeres gewicht zu als dem durch die untersuchungshaft gesicherten staatlichen strafverfolgungsinteresse der fluchtgefahr könne und müsse indes durch die in den beschluss des bundesverfassungsgerichts festgelegten maßnahmen begegnet werden ein dennoch verbleibendes risiko müsse hingenommen werden die entscheidung des verfassungsgerichts erging allerdings denkbar knapp mit fünf zu drei stimmen gut ich habe euch das jetzt einfach mal so vorgelesen wie es da steht ich fasse es jetzt aber mal für euch zusammen also es hat ja diese gesetzesänderung gegeben dass man gegen diesen täter der diesen menschen sagen wir jetzt mal der anscheinend wirklich der täter ist weil es neue beweise gibt darf ja ein neues verfahren geführt werden so und aufgrund dessen dass er dementsprechend da nicht abhaut wurde er in untersuchungshaft genommen so dagegen hat er beschwerde eingelegt und die begründung des gerichts ist jetzt wie folgt dies ist keine normale untersuchungshaft wie es sonst ist wo jetzt ein tatvorwurf erhärtet wird oder nicht und dann entweder der täter eine gerichtsverhandlung bekommt oder freigelassen wird dies ist anders und zwar weil jetzt noch nicht einmal sicher ist ob diese gesetzesänderung nicht verfassungswidrig ist aus diesem grund kann man ihn nicht in untersuchungshaft behalten weil dies würde massive oder könnte massive schäden in seinem leben hervorrufen man sagt zwar es könne ja durchaus sein dass dies mit h jetzt sich der strafverfolgung entziehen will dies habe man aber ja versucht oder versucht man zu unterbinden indem er dementsprechend seinen reisepass und seinen personalausweis abgeben muss gut stelle sich natürlich die frage welche staatsbürgerschaft er da ist hat er doppelte staatsbürgerschaft aber auf das thema will ich da jetzt nicht tiefer eingehen gut und man schlussendlich sagt man man gründet es damit man kann er wohl damit leben dass er sich dieser strafverfolgung entzieht als dass er jetzt unter welchen umständen auch immer er sich zu unrecht in uhaft befindet denn dies könne ja bei ihm schäden hervorrufen wie er so ein bisschen an meiner stimmlage merkt bin ich da jetzt nicht so erfreut davon also ich finde schon recht merkwürdig ich meine diese gesetzesänderung ist gemacht worden und man hat wohl anscheinend ja recht deutlich gesehen dass er sehr wohl als täter in frage kommt dann frage ich mich natürlich warum wird er dann tatsächlich wieder aus der haft entlassen wenn jemand zu unrecht beschuldigt wird und er muss in uhaft vielleicht ein halbes jahr und es stellt sich dann heraus er war es gar nicht ich meine das hat es ja schon oft genug gegeben und er kommt dann raus dann hat er auch diese schäden sein job ist weg vielleicht seine wohnung weg seine beziehung ist weg und er muss ganz von vorne anfangen und kriegt eine poplige haftentschädigung haftentschädigung also tut mir leid ich verstehe es nicht sie begründen es wirklich nur darauf dass eventuell diese änderung des gesetzes vielleicht rechtswidrig sein könnte dabei belasse ich es jetzt erst einmal ich will jetzt nicht weiter auf diese thematik eingehen ihr könnt ihr meine kommentare schreiben was ihr davon haltet da bin ich mal gespannt aber bitte keine aggressiven kommentare nur sachliche kommentare wenn ihr aggressive kommentare mit beleidigungen wie auch immer schreibt es ist so dass dann auf jeden fall youtube eingreift das heißt es gibt immer so eine sperre dann werden dementsprechend diese kommentare gar nicht angezeigt oder wenn es zu massiv wird muss ich aus eigenschutz und auch zum schutz des kanals dann solche kommentare leider auch löschen gut dann mache ich jetzt einmal schluss mit dem video bedanke mich fürs zuhören oder fürs zuschauen je nachdem wie ihr meinen content konsumiert passt auf euch auf und bis zum nächsten video